Außen Nacht, Ferienhaus Tiroler Inzwischen ist es dunkel geworden, der Abend fortgeschritten. Nur noch eine schwache Glut bedeckt den Griller. Romet, Christl und Niklas sitzen am Tisch. Romet hantiert gerade mit einem sehr speziellen Weinöffner an einer noch geschlossenen Flasche Wein. Christl ist dabei, Niklas Horoskop auf dem iPad zu analysieren. Der 2010er ist der Hammer, der hat genau die richtigen Würze. An Samtenen Körper, der wird auf der Zunge zergehen, versprochen. Neptun am MC, na pfietigot. Wieso? Der Öffner ist ein Witzgebieter. Ah, hast du gesagt, Wasser trinken? Wieso? Ruck dich her, kriegst du einen guten Wein. Der hilft gegen alles. Komm, eigentlich wegen dem Eis. Eis, Moment. Pistazie, Aszendenz Tracciatella haben wir im Angebot. Du bist so gedeppert. Das klingt super. Dann machen wir gleich ein paar Horst. Geburtsort und Datum, bitte. David, man kann nicht noch was essen. 12.09.79 bei Hannover. Ah, Hannover? Siegst, hab ich's nicht gesagt. Uhrzeit? Weiß ich gar nicht. Als der nicht Bescheidfisch, da brauch ich gar nicht rechnen. Einmal Gelato. Danke. Ah, haben wir doch noch einen Hunger. Ihr seid ja wirklich eine scharfe Kombi. Schütze und Jungfrau. Und seine Sonne, also deine Sonne, im Quadrat zu deiner Venus. Servus. Inwiefern?